nach einer langen 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 wartezeit geht endlich weiter mit kirbys adventure wir fangen an mit einem kleinen mini game den egg catcher wir kennen die alle wir manche mögen ihn manche möge nicht aber was auf jeden fall klar ist ist dass ich gewinnen will deshalb muss ich wenig konzentrieren kann nicht so viel plaudern oder mich fast reingelegt aber nicht mit mir du nicht mit mir ich hoffe das spiel ist nicht leise und ich nicht zu laut weil ich habe jetzt nicht getestet und für mich hört sich ein wenig leiser an das spiel aber ich habe nichts geändert also sollte eigentlich doch passen und die er eigentlich hatte ich vor mit dem controller zu spiel war jetzt habe ich auch endlich nach zwei monaten war die letzte folge habe ich auch endlich einen bluetooth stick womit ich dann ein controller anschließen kann aber ich spiele mit fc ux und nicht mit wie hieß der andere emulator die nichts mehr benutzt wird schon hier ist genau so hieß er nicht immer benutzt aber ja mit dem geht es und mit anderen nicht ich bin jetzt bei der switch pro controller und keine ahnung funktioniert weil mir diesen leute hier nicht und ja ich kann dieser emulator speichert irgendwie die safe states nicht mal nicht als detail sondern irgendwie anders keine ahnung ist es seltsam jetzt habe ich mich immer noch eine witz tastatur aber ich kann euch versichern heute wird nicht gefällt zumindest nicht so wie letzten male und wir machen weiter mit level 4 wo es auch gleich einzig und exit gibt noch nicht am anfang aber gleich sollte es kommen ok hallo ok ja ich muss noch ein wenig ein spiel reinkommen aber versteht mich nicht falsch ist das so lange her dass ein letztes video kam zwei drei monate her aber ich mag das spiel wirklich sehr es war nur eine schlechte idee das spiel jetzt schon zu starten wegen ganzen fails und das zum beispiel und dass sie allgemein nicht um mit momentan nicht unbedingt so krass in der kirby stimmung bin das war halt mein fehler ja das ist natürlich klug gewesen aber jetzt haben wir die fähigkeiten ich hoffe dass wir hier durchkommen ohne treffer ist nur ein leben aber so schwer aber selbst mit fels ist doch eigentlich egal so ich kann uns nichts oder eigentlich können wir uns nichts ja ja mal genau bilder als ein das mache ich denn ich hätte noch mal zurückgehen können sie noch mal holen können eigentlich hat sehr gut geklappt nur ich habe mich hat am ende dumm angestellt aber ich sage euch benutzt die fähigkeit ich von hatte denn die ist ja sehr nützlich ja ein pro tipp von dem typen der immer in diesem spiel stimmt aber ist auch nicht schlimm ich habe sehr viele one ups und ich werde nicht den game over gehen ich werde euch ja alles zeigen und ja das ist immer noch ein tolles player ok lasst mich ich versuche jetzt können wir wirklich auch raus und sage ich mal weil wir gesagt es hatten ist nicht so die beste teile das beste timing gewesen können wir jetzt schon zu starten also schon ja was machen wir wissen was ich meine nein nein gar wie springen mit a mit a springste ok genau guter junge ok ich muss aufpassen und ich gehe einfach drüber aber ich bin schwer typi jetzt habe ich sie wollen aber gleich noch ein hammer ich weiß noch nicht wo wir den hinbekommen weil ich habe im namen guckt wo die nächsten level die siegel exe sind die brauchen noch für den brauchen wir den hammer so und hier sieht man bei diesem wasserfall kann man rein und wo sie will jetzt hier können wir uns noch ein paar sachen erschnoren wenn wir uns nicht angreifen würde na egal hier gibt es nur noch maximale unter rechts nur noch nicht dann komme ich mir gerade nicht ganz sicher kann man da nicht irgendwie kann man nicht hier rein wir immer erst glaube ich von hier oder kann einfach durch einfach so durchlässige ich habe keine ahnung auf jeden fall gibt es hier kann sie sie einen biswitz hr schalter er so happy switch ist ehrlich ich bin aber dumm keine ahnung ich bin so gut in dem spiel ich brauche keine one ups oh gott oh gott oh gott oh gott was geht denn hier ab schiebt überall und äffchen und spiele weg weil so viele gegner auf einmal auf dem screen sind bei diesem nis ok das ist doch ganz gut unsere zweiter ist ganz gut für anfangen so jetzt habe ich aber ein leichtes problem wird schon gewesen falls nicht ich sage ich was hier drin ist stein und tornado nichts besonderes deshalb habe ich gerade nicht angst ob ich überhaupt hammer und wo bekomme weil ich brauche hammer für das level und das nächste level was ist dann hier in diesem tournament da ich weiß wo ich habe bekommen alles klar oh gott warum 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 okay alles gut was willst du trau dich trau dich trau dich trau dich hat sich getraut was ein vollidiot soll sind wir uns gar nicht mehr treffen lassen leute schauen wir das ich hoffe wir werden versuchen mit demnächst level von yoga und jahr level 5 und hier ist es die geht es sogar direkt am anfang tatsächlich und zwar hier einfach runter springen so fliegen vor allem geht es hier oben weiter und blabla und so aber hier unten durch diesen wispie putz gibt es einfach einen eingang so und hier oh gott ich hätte es oh gott oh gott ja ich muss hier ich muss noch mal machen ja so denn was ich jetzt machen werde ist safe satan das ist nämlich schwer man müsse den ihr einsaugen feuer raus mit ihm den einsaugen und dann halter hoch springen und dann dieses ding da rein ist aber nicht einfach am besten macht man so wie ich es versuche so in der animation schießt sie mir schon raus warum gibst du mir feuer ich will das sprung dann springe ich da hoch und dann die kanone rein das ist der trick oder der plan ich hatte aber wenn ich auch schon das ding habe doch so in etwa ich drücke mal die falschen tasten anscheinend einen moment das gibt es nicht das gibt es doch nicht ja genau super ja da können wir nicht dran sitzen ich weiß ist nicht geplant gewesen so jetzt 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 ganz okay und dann wie ups ups aus versehen den schalter aktiviert und bärm die skype frei gefällt so den haben muss ich noch mal holen wir dürfen nicht noch mal kämpfen so jetzt heißt aber erstmal das normale level durchspielen das gibt es ja auch noch naja dann macht sie zumal brauche ich eh nicht okay alles gut warbster habe ich mir schon erzählt dass es einen kirby anime gibt es tatsächlich es gibt wirklich einen kirby anime ich weiß gar nicht wann er in etwa gemacht wurde aber ich glaube so und etwa diese zeit wo das spiel rauskam kann das sein das ist zumindest was ich jetzt gerade am vermuten bin könnte ich mir zumindest auch am besten vorstellen so dass der kirby anime zu dieser zeit hochgeladen genau erstellt wurde oder was auch immer ihr wisst was ich wo ich hinaus will ja wird da finden ist noch so ein akt aber da werde ich langsam hoffentlich besser bei kannst mich bitte loslassen meine güte was bist du denn für aufdringlich ja löwe ganz mich bitte in ruhe lassen ich hasse diesen boss beide weil ich hasse ihn einfach ich kann ihn nicht das einzige was ich mache es drauf gehen nein ein leben kommen 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 baby oh feierball macht auch sinn bei ihm ob sie so seltsam auch dieser ort das gibt ich mal alle dachte ich zumindest das ist es kann ich muss meinen gegnern entkommen bevor sie mich kennen das wäre sehr schlecht würde ich jetzt noch sterben dann raste ich aus okay das war nicht gut doch natürlich war das gut ich bin natürlich ein pro in diesem game ja ich bin fast tot ja das habe ich ganz vergessen ich glaube ich werde mal kurz in den hämmern das mache ich ja den kann ich eigentlich gleich noch behalten denn der kampf ist er noch abbandern denn wenig leben wenig schaden macht das nie verdammte kacke tut mir leid ja aber ich gehe nicht auf dem skill 1 ist egal ihr kennt mich ich bin jetzt nicht so gut mit tastatur aber ändern kann ich jetzt nicht aber ihr wisst ja alle oder ich sage es euch mal ich bin nicht so schlecht im spiel so wenig sind das play nice ihr seht ja eigentlich ist da easy wenn man ihn kann so die maximale das jetzt da verrotten okay ich will das wie ich spiel noch mal warum nicht da werden mal versuchen okay okay ich bin nicht so schnell verdammt okay so jetzt kommt das schwierigste also nach jeder jetzt ich habe gedrückt ich schwöre ich habe gedrückt ich habe genau in der gleichen sekunde gedrückt aber nein ich habe verloren aber einen run-up hey immerhin besser als keins okay level 6 die welt geht zu ende so langsam das level oh nein ich mag dieses level nicht habe ich beide weil diese so diese power schon gezeigt ihr seht ja kann ich kabin das ding verwandeln so freundlich zeigen aber das level ist wirklich nervig stimme ich habe dieses ich habe meine folge aufgenommen und habe ich mich über dieses level aufgeht nein okay gut haben jetzt wo es mir einfällt habe ich nicht hochgeladen weil das schlechte folge oder naja egal diese folge ist bisher viel besser von da braucht es mich eigentlich gar nicht kehren sehr und renn körbi renn schnell oh gott nein wie steht eigentlich köpfe gerade ich steht da ok naja kommit so doku kirby was in diesen grafik wieder da weiß ich das normal ist ok leute dann werde ich dieses bonus da gleich noch im anschluss zeigen denke ich mal was heißt bonus das wäre nämlich das dem ist gleich wo es ist sehr sehr offensichtlich nicht mit noch ein weg und zwar alter jetzt regt mich nicht auf jetzt gibt mir zumindest das schwert meine güle das das spiel manchmal hat dieses spiel so momente da wird sich einfach nur richtig aufregen doch hier nehme ich diesen dinge drin was auch aussieht weil ich kann euch bezeigen sie auch aus als wäre das eben diese zwei herzen vorne an der tür wie immer hier muss man den hammer benutzen und darunter zu kommen wie man sieht geht es nur mit dem hammer und da unten ist ein schalter also eine tür zum schalter ja oder so da würde man da hinten dann mit dem horn ab sogar krass ok ja 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 wow pass auf mich noch ein zweiteres so doku das kann ich nicht gebrochen soll hier werden so das ende des levels ich kann ja nur die letzten fücken mir wirklich mega kurz dachte ich mir auch schon am anfang hier so wisse was das schneide ich jetzt nicht rein das mache ich so man kann das level nur beenden wenn man das schon geschafft hat also muss das level schaffen wenn man es noch nicht geschafft hat und man da rein geht und ich bin jetzt an dieser stelle mit meinem hammer hallo mit meinem hammer echt der hammer leute so und hier drüben seht es schon hier ist das worüber ich redet hat er kann so eine drehung machen und jungen ja dankeschön und barm einfach antatschen und wir schalten den lobster frei ok so leute und fürs finale oder fürs abschluss dieser folge würde ich eher sagen machen wir auch noch könig dds nächsten bus den schickt er denn diesmal auf uns zu mal sehen dass ich bitte darunter ich will es nicht noch mal unnötig karten bitte dankeschön und ganz knapp leider nicht geschafft so lass mal sehen wer ist der boss kam ich weiß es nicht ich sofort wieder erkennen du bist es ich weiß ich war mir nicht mehr sicher ob der schwer oder nicht muss auf jeden fall die ganze mitfliegen kommt man ihn angreifen irgendwie so auf jeden fall nicht aber doch ich erinnere mich das ist meine fähigkeit ja gut man muss ihn angreifen aber aufpassen weil man kann die blöcke zerstören und er zerstört ihr auch die ganze zeit oder man muss ihn doch jagen ja das schießt auch manchmal torpedos so kriegt man als ohne fähigkeit auch dings sterne zum abschießen so haben wir ihn da würde sich ganz immer weiter bauen wie mein kopf keine ahnung und dann ja dann war es das auch schon eigentlich sehr viel schwerer aber mit einem power-up ist ja nicht so schwer ja das war easy 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 ja 6 orange ocean warum passiert ist immer kirby die musik ist aber dafür chillig so eine momente mal bitte ich muss kurz nachgucken wo in diesem level das secret exodus ja gut dass ich mein hammer doch noch nicht weggeschmissen habe nein denn in diesem level werden wir den hammer benötigen für ein weiteres secret exodus ok mit diesem level anfangen hätte ich jetzt nicht gerechnet das verwirrt mich gerade ein wenig sieht sehr interessant aus ja ja das ist doch jetzt erinnert mich leicht wenig also sie zumindest diese stelle weil hier gibt es so ein jahr überall so fröche wo man haben wir nicht wenn ich mir nicht unter wasser treffen dann kann ich meine überhaupt nicht wieder bekommen soll da gibt es nur ein one up deshalb gibt ich das lieber und mache hier weiter was da muss man dann mache ich das nicht dann mache ich den hart weg bis sie sind in easy weg wie auch immer soll ich muss alle killen oh gott ok schnell 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 all right nice so aber das war es noch nicht jetzt gibt es noch einen raum in dieser müssen wir bestehen so die sind hier der ist schwer am besten warten bis wir durch können warum ist wirklich schwer der geht um mich zu der geht um mich zu äh wo ist hin ist die spawnt da ist er wieder neu gespawnt und nein oh nein oh nein oh ja ok bloß nicht treffen lassen bitte ok hier hier ist hier kann man rechts nach links und in der mitte das geht nur mit dem hammer das mache ich gleich hatte einen moment da gibt es einen schalter warum sag ich bin was ist bei mir vielleicht die vorfragen auf mario maker keine ahnung jetzt wo ich aufnehme ist mario maker noch nicht da ja ja ein paar tagen ist es draußen aber ich glaube ich glaube ich habe sogar heute wo ich gerade aufnehmen den habe ich gern behalten auch welchen ich brauche soweit ich weiß ich weiß nicht ich habe noch nicht nachgeguckt was in den letzten nächsten level kommt denn das ist jetzt in dieser folge machen werden das ist das ende der folge das verstehe ich manchmal nicht die steuerung spielt einfach nicht mit das eine taste gedrückt aber willst du was anderes machen ja dann mache ich erstmal die eine taste die gedrückt hat ich spreche nichts ab der will alles machen das nervt mich kommen kommen dann vor allem dauert das so lange da unser wasser hat gesehen was ich meine ja ich habe keine ahnung nein ich würde den haben okay so leute damit es nicht noch gründiger und fälliger wird da würde ich sagen sehen uns in der nächsten folge von da machen wir dann mit level 6 und ocean weiter und das jetzt place bei der wäser um bald vorbei ja nicht wieder weg wir sind bei furcht